Also, hi, ich bin Alex, ich bin bisexuell, ich bin 25 und meine Pronomen sind eher ihm. Hast du schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht? Da hatte ich tatsächlich bisher eigentlich eher weniger, ich sag jetzt mal, Probleme mit. Also eher so, wenn man online so swiped auf Tinder und dann halt so drinsteht, keine Bisexuellen. Passiert selten, aber passiert, weil manche Leute einfach Vorteile haben, so, die sind nur greedy, die können nicht treu sein oder sowas. Auch mit meiner Ex-Freundin gab es da ab und zu mal dieses Gespräch, weil sie halt eifersüchtig wurde, interessanterweise nur auf andere Frauen, nie auf Männer. Bei Männern konnten wir reden, bei Frauen war es immer so, hm, du willst was von der und hier und da und ja, weil bi, du kannst ja gar nicht ganz treu sein und so, das ist eigentlich das Einzige. Also wirklich so schlimme Erfahrungen nicht, also gegen mich persönlich, ich war halt während der Schulzeit nicht geoutet, da gab es halt immer so dieses typische Gerede, so, dass es auch Beleidigungen war, wenn jemand als schwul bezeichnet wurde und, aber ich war irgendwie nie davon betroffen, sondern nur Leute um mich rum. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben? Uh, wahrscheinlich einfach früher ich selbst zu sein. Ich habe das sehr langsam angehen lassen mit so, hm, auch mich so zu kleiden, wie ich mich kleiden möchte. Oder zum Beispiel jetzt, ich hatte eine Zeit lang immer die Nägel lackiert, ich trage gerne Make-up, ich habe ab und zu zum Fall High Heels an, wenn sie gerade nicht kaputt sind. Und früher habe ich mich das einfach auch nicht getraut, so vom Umfeld her. Mittlerweile ist mir das komplett egal. Und eigentlich hätte ich da schon viel früher mit anfangen sollen, weil es fühlt sich einfach besser an, wenn man nicht versteckt, wie man sich fühlt. Gerade auch bei dem Thema. Vielleicht auch ein bisschen früher anfangen, mit mich bei Freunden outen, weil die sind alle cool damit und es sind lustige Gespräche drin.